Was Dein Erfolg mit Deinen Zielen und Entscheidungen zu tun hat, darum geht es heute. Denn die Frage ist, setzt Du die richtigen Ziele und triffst dann schnell die entsprechenden Entscheidungen? Ein paar Zusammenhänge und Antworten findest Du in dieser Episode. Herzlich Willkommen zu meinem Podcast Generationswechsel und Unternehmernachfolge. Hier geht es darum, wie Du mit den vielfältigen Herausforderungen leicht jonglierst und Deine eigenen Maßstäbe setzt. Alles für ein gewinnbringendes und lebendiges Unternehmerleben. Und jetzt wünsche ich Dir viel Spaß mit dieser Episode. Ich bin Leoba Heinzler und die Gastgeberin dieser Podcast Show. In meinem langen Berufsleben war die Frage, wie ich Ziele erreiche, aus verschiedenen Blickwinkeln immer ein relevantes Thema. Zum einen für mich persönlich, zum anderen in der Arbeit mit meinen Kunden, im Einzelcoaching genauso wie in Teamprozessen. Deshalb habe ich dazu viel gelesen, Konzepte entwickelt und ausprobiert. Und meine wichtigsten Erkenntnisse habe ich Dir in dieser heutigen Podcast Folge zusammengestellt. Wenn auch Dich diese Frage umtreibt, dann wirst Du am Ende eine Menge mehr dazu wissen. Und ich hoffe, dass Du für Dich die passenden Antworten findest. Wenn dieses Thema für Dich interessant ist, dann klicke auf Abonnieren, damit Du keine Folge meiner Podcast Show mehr verpasst. Und nun wünsche ich Dir eine Menge neuer Impulse für Dein Businessleben. Ja, heute Business Lunch habe ich ein Thema mitgebracht, was für alle selbstständigen Unternehmer, Unternehmerinnen, für Menschen, die Führungsverantwortung haben, ein ganz spannendes Thema ist. Und immer wieder so die Frage ist, wie erreiche ich meine Ziele, wie erreiche ich die Ziele gemeinsam mit meinem Team? Und ich habe es genannt, Ziele setzen und Entscheidungen treffen, sind die zwei Seiten derselben Medaille. Denn was ich immer wieder erlebe in den Coachings, dass ich Menschen begleite, die eben ambitioniert sind, die engagiert sind, die eine klare Vorstellung haben, was sie wollen. Sich Ziele setzen, ja, sich viel Arbeit auch machen an dem Punkt, das Jahr planen, ja, und es läuft eben entweder nicht ganz rund, weil es einfach zu anstrengend ist, ja, weil es immer so das Gefühl von richtig harter Arbeit hat. Ja, wenn ich was erreichen will, ist es Arbeit, aber die Frage ist, was ist so das Grundgefühl dabei? Habe ich ja schon mehrfach davon erzählt, ja, das ist ja immer die Frage, was brauche ich, damit es sich leicht anfühlt, weil nur dann ich wirklich nachhaltig und auf lange Zeit diesen Business-Marathon laufen kann. Also das eine ist, Ziele zu setzen und sie so zu setzen, dass es dann auch funktioniert. Das ist das eine. Und da gehe ich heute mal gleich mit drauf ein. Und das andere ist eben, es gehört ganz klar dazu, dass ich im Alltag sehr, sehr viele Entscheidungen fälle, damit dieses Ziel möglich ist. Und da hakt das bei manchen. Ja, also es ist die Frage einmal, wie setze ich Ziele richtig? Und auf der anderen Seite ist, wie fälle ich dann schnell und geschmeidig im Arbeitsalltag Entscheidungen, die auch, ja, tragfähig sind. Gut, vielleicht ein bisschen erst mal vorweg. Übrigens, wenn du Fragen hast, du weißt, kannst du dir jederzeit hier auch stellen. Es gibt zwei Arten von Zielen und es gibt drei Stufen von Zielen. Zwei Arten sind, es gibt qualitative Ziele und es gibt quantitative Ziele. Und das Übliche und das Traditionelle sind die quantitativen Ziele, mal kurz überlegen, ja. Also das, was ich ganz klar tracken kann, messen kann, was ich, ja, Excel-Tabelle, was am Ende dabei rauskommt. Der Umsatz, neu gewonnene Kunden im Marketing, die entsprechenden Kennzahlen. Das ist ganz klassisch, wie Ziele gesetzt werden und wie sie eben gemessen werden, gemanagt werden. Ja, ein wichtiger Teil. Aber, oder, und, als Ergänzung, es muss ein zweiter Teil dazu kommen. Wird nicht deutlich, welche Qualität dieses in meinem Leben haben soll. Wird nicht deutlich, mit welchem, ja, Grundgefühl ich es als Einzelne oder aber auch intim erreichen will. Und das geht dann in Richtung Vision, ja, dann wird es mühsam bleiben und dann funktioniert es oft nicht. Dann ist es so, ne, Forecast, zapp, 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 was den Umsatz angeht oder die Vertriebsaktivitäten. Aber es fehlt eben ein ganz zentraler Teil, das Grundgefühl, ja, mit dem wir arbeiten wollen als Team. Das Grundgefühl, mit dem ich als Unternehmer, Unternehmerin arbeiten will. So, von dem her, also, es braucht, sind zwei Arten von Zielen. Einmal die qualitativen und einmal die quantitativen. Und es gibt drei Stufen von Zielen. A, B, C, Ziele. A ist, okay, das, was wir bisher gemacht haben, setzen wir im nächsten Jahr noch ein bisschen was drauf. Und haben wir immer schon so gemacht, ist ganz erfolgreich, kommt nochmal eine Schippe dazu. Das heißt, kein größeres Risiko, läuft dieses. B-Ziel ist, okay, wir haben es zum Beispiel in Stadt A in der und der Weise angesetzt, umgesetzt, ist gut gelaufen. Jetzt nehmen wir Stadt B dazu und gehen einfach davon aus, dass dieses Konzept in einer anderen Stadt auch gut funktioniert. Oder wir haben eben eine super Osteraktion gemacht. Jetzt probieren wir das eben mit etwas anderen, ja, Inhalten als Weihnachtsaktion oder umgekehrt. Ja, also etwas, was wir schon gut kennen, wird ein bisschen auf eine neue Situation abgeändert. Und dann gibt es da eben für die neue, etwas veränderte Variante, das sind B-Ziele. Und jetzt aber kommen die C-Ziele. Das sind die Ziele, wo du richtig Herzklopfen kriegst. Das ist das, wo du sagst, hm, hab schon eine Menge Erfahrung, hab manches ausprobiert, aber sowas noch nie. Und das ist richtig hoch ambitioniert, richtig mit, da musst du mit viel Engagement rein. Das ist das, was eben auch ganz stark von deinem Warum getrieben ist, also von deiner Mission, von dem, was dich antreibt, was dich ausmacht. Das ist ein C-Ziel. Also das einfach mal so vorweg, ja. Ja, also wie setzt du Ziele, welche Ziele setzt du qualitativ, quantitativ, sind es A-, B- oder C-Ziele? Guck nochmal genau hin und ja, das ist das Erste. Ich habe es eben schon angesprochen, das eine sind Ziele zu setzen, aber die Frage ist immer, was ist das, was dahinter ist? Ich habe es jetzt mal genannt, eine lebendige Vision trägt. Also zum einen meine Vorstellung, wo will ich hin, was, wie soll es denn sein, aber getragen von meiner Mission oder Mission, von meinem Herzblut, von dem, was, ja, was es für mich ausmacht, dieses Ziel zu erreichen, warum ich es erreichen will, eben, na so die Frage, oder der Ansatzfrage fünfmal, warum, was ist dahinter, was treibt mich an? Und das braucht es eben wieder für Einzelne und für ganze Teams. Also diese schnellen Herausforderungen heute, diese schnellen Veränderungen sind nur möglich und machbar mit einem Team, dass es gut mitgeht, wenn klar ist, warum ich das mache, warum wir das machen, wohin es gehen soll, was die Vision ist, die uns trägt und die Mission, die uns antreibt. Und da wirklich reinzugehen und tief reinzugehen und nochmal zu gucken und was ist es und zum einen du als Leaderin, als Leader, die vorangeht, die eine Idee hat und dann aber gleichzeitig mit dem Team, das ist die große Kunst. Ich erlebe immer wieder gerade mit, wenn ich das mit Unternehmern, mit Nachfolgern arbeite, dass sie eine gute Vorstellung haben, dass die wissen, was sie wollen, dass sie Leidenschaft haben für ihr Thema. Das ist dann aber oft tagt, die anderen mitzunehmen. Die rennen schon mal ganz weit voran und wo waren nochmal die anderen? Und da geht es dann schnell, die wollen nicht, mein Team ist so schwerfällig, die wollen keine Veränderung. Okay, lass uns da nochmal genau hingucken, was dein Anteil ist und was der Anteil deines Teams ist und was sie brauchen, um mitzugehen. Ja, und es gibt den Fall, du kannst den Hund nicht zum Jagen tragen. Es gibt Menschen, die gehen nicht mit und da ist mein Ansatz immer, gut zu überlegen, was sie brauchen, dass sie mitgehen können, zu gucken. Du kennst wahrscheinlich schon, wenn du mir öfters folgst oder schon länger folgst. Es gibt unterschiedliche Widerstände, da muss man nochmal gut gucken und jeder Widerstand braucht eine andere Antwort. Ja, und wenn dann jemand wirklich nicht mit will, dann lass ihn da sitzen, wo er ist und nutz deine Kraft für die, die gehen, die mitgehen, die mitholen. Du weißt ja, alles, was du beachtest, verstärkt sich. Also verstärke die, die unterstütze die, die gerne mit dir gehen, die das sinnvoll finden, die Freude daran haben. Okay, also eine lebendige Vision trägt uns eben Einzelne, dich als Leader und dein Team. Und da geht es auch immer wieder darum, diese Vision nochmal, ja, wie hältst du sie für dich lebendig und wie hältst du sie fürs Team lebendig? Was ich oft erlebe in Unternehmen ist, da gibt es dann, da wird an der Vision gearbeitet, es wird am Leitbild gearbeitet und dann gibt es da jene ominöse Schublade, in der alles verschwindet. Nein, was ist es, was hältst du lebendig und wenn es anders ist als euer Alltag, ja, wenn der Alltag noch anders aussieht wie die Vision, dann braucht es etwas, dass ihr euch immer wieder tagtäglich daran erinnert, eigentlich haben wir was anderes vor. Und das ist eine Zwischenstufe, wir leben von unserer Vision und wir erleben, dass diese Vision Wirklichkeit wird. Ist möglich, ja, also ist jetzt nicht, dass ich da sage, das ist was, wie war das, wer Vision hat, ist ein Fall für einen Arzt. Nein, Visionen sind wichtig, nur dann kannst du wirklich die großen Ziele deines Unternehmens umsetzen und in die Welt bringen. So, alles wunderbar. Ziele, Visionen, du weißt, wo es hingeht, ne? Prima. Und jetzt ist der Alltag und da gibt es nun eine Sache, es stehen Entscheidungen an. Und das eine ist, zeitnah und schnell zu entscheiden. Das ist eine Übungssache. Alle nicht gefällten Entscheidungen hängen wie Klötze an dir. Wenn du weißt, der braucht noch was von mir und jener braucht noch was von mir und da sollte ich noch und das jenes noch. Stell dir einfach vor, du hast lauter Backsteine, die da irgendwo bei dir hängen. Die behindern dich, das macht dein Leben schwerfällig, macht deine Arbeit schwerfällig. Und wenn dein Team auf Entscheidungen wartet, einzelne oder alle miteinander, dann sind auch die behindert. Auch die haben dann Klötze und diese Klötze bewegen sie noch ein bisschen schwerfällig und sagen, ich brauche aber, könntest du nicht und so weiter. Wenn du als Entscheider für dieses Thema nicht vorangehst, bremst du alle aus und die setzen sich irgendwann zu ihren Steinen. Ich bleibe bei diesem Bild. Und haben keine Lust mehr. Leute wollen was schaffen. Die wollen, dass das vorangeht, dass Dinge umgesetzt werden. 95 Prozent der Menschen. Gibt immer ein paar andere, aber der allergrößte Teil will was schaffen, will zufrieden nach Hause gehen, will die Welt rocken. Und da hakt es ganz häufig an den Entscheidungen. Und jetzt ist es so, was ja oft lame bei Entscheidungen ist. Der Kopf sagt das, aber da ist noch ein anderes Gefühl. Und außerdem habe ich es noch nicht bis zum letzten durchdacht. Und dann fehlt mir noch eine Information von da. Und weiß ich denn, was in 14 Tagen ist? Ja, das ist so. Genau so ist es. Du weißt nicht, was in 14 Tagen ist. Du kannst nur heute auf Grundlage der Dinge, die dir heute zur Verfügung stehen, eine Entscheidung fällen. Und es kann in 14 Tagen sein, dass du denkst, wenn ich es nochmal entscheiden müsste, würde ich es anders tun. Es gibt eindeutig etwas Schlimmeres als eine falsche Entscheidung. Und das sind all die vielen Backsteine, all die schwere Last, die in deinem Unternehmen, die bei dir hängen, wo du keine Entscheidung fällst. Also der Steinhaufen, der sich angesammelt hat, wo du dich nur noch draufsetzen kannst, aber dich eben nicht mehr bewegen kannst. So, jetzt ist die Frage, wie findest du eben zu einer Konkurrenten, also einer Entscheidung, die für Kopf und Bauch passt? Und ich hatte eben schon gesagt, das hat was mit Übung zu tun. Und es hat einfach auch mit einer Portion Mut zu tun. Ja, heute aufgrund dieser Situation, aufgrund dieser Informationen, die ich heute habe. Und ich habe alle gehört, ich habe alles dazu gelesen. Ich habe vielleicht noch eine Nacht darüber geschlafen, wenn es eine weitreichende Entscheidung ist. Und jetzt fälle ich die Entscheidung. Und dann ist gut und dann wird weitergemacht. Und vielleicht ist es so, dass wir in 14 Tagen oder in 14 Monaten zu dem Thema eine andere Entscheidung fällen müssen. So ist das Leben, so ist Business, so ist Unternehmer sein. Ja, ich betone das so, weil ich natürlich mit vielen Chefs und Chefinnen und Teams arbeite, wo das genau ein Riesenproblem ist. Wo der Chef als Typ, die Chef als Persönlichkeit sich einfach damit total schwer tun. Es ist eben nicht nur, dass an dem Punkt keine Entscheidung gefällt ist und dass das Thema nicht vorangeht. Es wirft die Energie deines Teams diesen Elan um Meilen zurück. Ja, die haben einfach keinen Bock mehr. Und nichts Schlimmeres, als wenn dein Team keinen Bock mehr hat. Ja, so, also die Frage ist, wie kommst du jetzt zu konkurrenten Entscheidungen? Hm, das ist immer wieder eine Herausforderung und das ist natürlich sehr von der Typ Sache abhängig. Von der Typ und von der Sache abhängig habe ich es jetzt, ja. Also es gibt einfach Menschen, die nur auf den Bauch hören und dann chaotische Sachentscheidungen treffen. Und es gibt welche, die sehr sachorientiert sind und ihren Bauch nicht so gut, ja, dann sind es rein kopflastige Entscheidungen. Also das ist so eine Frage, was bist du für ein Typ? Und wenn du eine rein eben starke Tendenz zu Zahlen, Daten, Fakten hast, dann schau dir die Zahlen, Daten, Fakten an. Und dann geh eine Runde spazieren und überleg, was sagt der Bauch dazu? Also übrigens, also nicht spazieren gehen und dann Podcast hören oder so, sondern spazieren gehen mit dieser Fragestellung. Was sagt der Bauch dazu und was sagt, ja, was ist so mein Gefühl dazu? Und nimm dir wirklich Zeit da rein zu hören, weil wenn du nicht so viel Übung hast, musst du das jetzt nicht üben. So, und dann merkst du, was sich da, was da so in dir sich tut. Und da wird es unterschiedliche Strömungen geben. Du hast ja ein ganzes Stimmenteam in dir. Der eine, der sagt nein und der andere, der sagt ja, sofort gleich. Und der nächste sagt, bist du ein bisschen jeck. Und der nächste sagt, so kann das mit dir ja gar nicht. Also du kennst diese innere Diskussion, ja. Aber nach einer halben Stunde spazieren gehen, hast du eine Mehrklarheit als vorher. Und wenn du sie nicht hast, dann setz dich hin und schreib nochmal die unterschiedlichen Fakten auf. Und dann fällt eine Entscheidung. Fällt sie einfach. Wie auch immer, keine Entscheidung bremst dein Team aus. Ja, also alle hören, die Daten zahlen, Fakten checken, alle hören und dann nochmal gut in dich gehen. Und nicht nur den Kopf beachten, sondern Herz und Bauch. Also was sagt deine Intuition, deine Erfahrung und was ist, wo geht dein Herzblut hin? Und wenn du eher emotional bist und aus der Emotion heraus sehr schnell, aus dem Bauch heraus sehr schnell eine Entscheidung fällst, dann nimm dir, vielleicht ist dann Spazieren gehen nicht die richtige Variante, sondern setz dich am Schreibtisch in aller Ruhe, alles abstellen und guck dir nochmal ganz intensiv die Zahlen, Daten, Fakten an und guck nochmal, was sagen die und stimmen die mit dem, was mein Bauch sagt. Es gibt das eine konkurrente, eine stimmige Entscheidung oder passt das überhaupt nicht zusammen. Ja, und ich bin ja ein großer Freund von schriftlich denken. Also schreib dir nochmal auf, was da so in dir diskutiert, was in deinem Fall die unterschiedlichen Positionen in dir, die dir ja gute Ratgeber sind, sagen und dann guck nochmal und dann fäll eine Entscheidung, die Kopf, Herz und Bauch mit einschließt. Ja, soweit, was so an allgemeinen Antworten möglich ist. Mein Resümee. Es gibt eine Frage, die bewegt ganz viel, die bringt ganz vieles, ja. Also, weil es halt heute so viele Faktoren sind, weil es heute so viele Optionen gibt, weil der das sagt und jener das sagt, ja. Und wir eben in dieser Symphonie der Möglichkeiten, in diesem Stimmengewirr unsere Stimme hören müssen und unsere Entscheidung fällen müssen, ist eben eine gute Möglichkeit, ist eine wichtige Sache, ab und zu zur Ruhe zu kommen. Ja, vielleicht morgens, gleich direkt, ja. Eine, es in deine Morgenroutine einzubauen, ja. Für mich habe entschieden, nicht es startet mich in den Tag und schon gar nicht die Nachrichten, sondern ich starte in den Tag mit dem, was mir wichtig ist und mit einer, ja, Ausrichtung, so, was ist heute dran, was will heute werden und der Frage, wie willst du es haben. Diese Frage kannst du dir übrigens auch tagsüber immer wieder stellen. Wie will ich es eigentlich haben? Wie will ich es haben? Wähle ich die Variante, ja, passt das zu mir, zu meinen Vorstellungen, zu meiner Mission, zu meinem, was ich gerne in dieser Welt bewegen will oder ist es eben diese andere Seite? So, und das ist eine, ja, das ist eine Übungssache. Und wenn du da dran bleibst, also jetzt nicht heute mal, jetzt, weil du das gerade gehört hast, mal ein bisschen, sondern schon ein bisschen systematisch. Alles, was man neu lernt und was anders ist, braucht eine gewisse Systematik und braucht eine, damit es nachhaltig wird, einfach Training, ja. Kennen wir aus dem Sport, kennen wir vom Essen, kennen wir von ganz vielen anderen Sachen. Das ist auch in dem Fall so. Also entweder bist du der Typ, der sich einen Trainingsplan macht und sagt, okay, jeden Morgen erinnere ich mich dran oder ich schreibe mir ja dick über den PC die Frage, wie will ich es denn haben? Und vielleicht noch so, wenn ich entscheiden muss, gehe ich spazieren. So, das ist eine Möglichkeit. Und die andere Möglichkeit ist eben, du meldest dich bei mir und wir gucken, wie du das umsetzen kannst. Und so ein Coaching hat einfach den großen Vorteil, dass ich dich dabei begleiten kann. Ich fälle nicht die Entscheidungen für dich, aber ich sorge dafür, noch mal mit dir nachzujustieren, warum es nicht so gut funktioniert. Und unsere gemeinsamen Termine erinnern dich immer wieder, dass das dein entscheidendes Thema ist. Dass das das Thema ist, was du in den nächsten drei Monaten lernen willst, um da für dich und dein Team schneller voranzukommen. Ja, in diesem Sinne wünsche ich dir und wünsche ich deinem Team, dass ihr glasklare Zähler habt. Am besten der C-Fraktion, also die euch ein bisschen ordentlich fordern. Wo wir sagen, ja, und dass alle, die Entscheider sind, Entscheiderinnen sind, an der entscheidenden Position, das kann ja sein, dass das nicht nur du alleine bist, sondern eben auch dein Führungskreis, dass ihr flott, souverän entscheidet. Nochmal, das vielleicht so aufs Team hin, also mit mehreren Leuten, wer entscheidet was? Nicht alles muss bei dir landen. Das ist nochmal so ein eigenes Thema zu gucken, wie eben nicht alles bei dir landet, sondern dass das, was du abgegeben hast, wo andere Entscheidungen fällen, auch bei denen bleiben und nicht zurückdelegiert werden. Das ist ein anderes Thema, das besprechen wir ein andermal. Wenn dich dieses Thema angesprochen hat und du dich unterstützen lassen willst, um deine Ziele schneller zu erreichen, dann melde dich bei uns. Buche dir ganz unkompliziert ein kostenfreies Fokus-Klarheitsgespräch über meine Webseite liobaheinsler.de. Den Link findest du in den Shownotes. Und wenn du mehr zu dem Thema lesen willst und wissen willst, dann findest du auch in den Shownotes den Link zum dazu passenden Blogartikel oder hol dir kostenfrei den Zugang zu meiner Gratis-Mediathek mit jeder Menge Unternehmerwissen, damit es gut weitergeht für dich und dein Unternehmen. In der nächsten Folge habe ich einen Interviewgast zum Thema Wie Homeoffice gut gelingen kann. Ich freue mich, wenn du wieder mit dabei bist. Wie Homeoffice gut gelingen kann.